Einen wunderschönen guten Tag, liebe Lesegemeinde. Heute widmen wir uns mal wieder einer weiteren Buch-Review. Heute und diesmal über das Buch Kamila bei Jay Sheridan Le Fanu. Die Novelle, die wir heute behandeln, weil ich glaube, ihr habt mittlerweile gemerkt, dass wir eigentlich immer Novellen behandeln, weil ich am liebsten Novellen lese, ist ein Gothic-Novel, was wir mal wieder auf Englisch gelesen haben. Und ich würde sagen, wir reden nicht lange um den heißen Brei drumherum. Wir kommen direkt zur Handlung. In diesem Buch geht es um eine Familie, welches in einem Schloss, ja, es wird auch in Englisch als Schloss betitelt, in Österreich wohnt, genauer in der Steuermark. Und es geht um ein Mädchen namens Laura, was in diesem Buch die Protagonistin ist. Und diese hat zusammen mit den anderen Mädchen aus diesem Buch, nämlich Kamila, welches auch auf dem Cover steht, eine gemeinsame Vorahnung, dass sie sich früher oder später treffen werden. Das passiert dann schlussendlich auch in diesem Buch und Kamila lebt dann erstmal bei der Familie von Laura. Nach einer Zeit merken sie aber, dass Laura sich so vor Kirchen fürchtet. Ja, man kann sagen, dass sie sich vor Kirchen fürchtet. Dass sie so auch so ab und zu komische Verhaltensweisen hat und ab und zu einfach mal verschwunden ist zum Beispiel. Und dann kommen Fragen auf. Österreich in dieser Umgebung hat viele Schlösser, einige auch, welche in Ruinen sind, wie das nächste Chateau, was in der Nähe ist, von dem Schloss, wo unsere Protagonistin lebt. Und es gibt auch ein anderes Schloss, was etwas weiter weg ist, aber dessen Kontakt eher eingeschränkt ist, weil es halt sieben englische Meilen weg ist und das ist schon eine große Distanz. Nachdem also gemerkt wurde, dass Kamila etwas merkwürdig ist, was auch schon damit zu tun hat, da sie nämlich in einer Kutsche in dem Schloss von ihrer Mutter hingebracht wurde sozusagen, aber eigentlich nur auf einem Notfall wegen, weil Kamila krank war und dort dann untergeblieben ist und die Mutter dann wieder weitergefahren ist mit der Kutsche, weil sie einen wichtigen Termin hat und wollte sie also nach drei Monaten wieder abholen. In dieser Zeit, wie schon gesagt, haben sie dann gemerkt, dass Kamila etwas merkwürdig ist und haben dann für das Ganze Nachforschungen angestellt, bis sie schlussendlich mit General Spielsberg in Kontakt kam, welcher ein langjähriger Freund der Familie ist und dieser hat eine gewisse Geschichte erzählt. General Spielsdorf ist der Vater von Berta. Das ist die beste Freundin von Laura, die eigentlich zuerst zum Schloss kommen sollte, wo dann aber schlussendlich dann Kamila gekommen ist. General Spielsdorf erzählt auch, wieso Berta gestorben ist und das ist eine sehr interessante Sache, denn Mirkalla, die Countess auf Kahnstein, ist ein Anagramm für Kamila. Nämlich in diesem Schloss oder Chateau, was in der Nähe ist, welches in Ruinen liegt, hat früher eine gewisse Countess Kahnstein namens Mirkalla gelebt und diese ist, wie man dann schlussendlich erfahren hat, Kamila und man hat auch Versuchungen zu anderen Verhaltensweisen angestellt, nämlich das, was General Spielsdorf auch gesagt hat und das, was auch Kamillas Vater schon vermutet hat, nämlich, dass Kamila ein Vampir ist. Deswegen sind sie dann halt zu diesem verlassenen Chateau, zu diesem verlassenen Dorf hingegangen und haben in das Grab von Mirkalla geguckt, die Countess auf Kahnstein. Und in diesem Grab haben sie dann Kamila gefunden, also in dem Grab von Mirkalla. General Spielsdorf, der immer noch am Boden zerstört ist, hat sich dann ein Messer genommen und hat Kamila den Kopf abgetrennt. Und das ist das Ende von Kamila und auch fast schon das Ende von dem Buch. Danach kommt noch eine Zusammenfassung und eine Verständigung von ihren Gedanken von Lauras Seite, weil Laura ist, wie gesagt, die Protagonistin dieses Buches. Und das ist schon in allen die Handlung. Das Buch Kamila bei Jay Sheridan Le Fanu hat auf der ersten Seite, wenn man es aufklappt, einen wunderschönen Text, denn man kann direkt sehen, wann es gepublished wurde, also wann es veröffentlicht wurde, welche Kategorien es hat, nämlich Fiction, Romance und Gothic und auch Horror. Es ist ein wunderschönes Buch, was auch generell gut zu meinem Kanal passt. Es hat sogar noch diese Horror-Elemente drin, diese Vampir-Story und das Ganze war echt ein wunderschönes Buch. Und es ist ein Buch, was wirklich mich immer sehr krass zum Lesen animiert hat. Also ich gehe jetzt langsam, wie man schon merkt, auf die Bewertung ein. Und ich finde sehr viele Elemente aus diesem Buch richtig super. Findet zwar das zum Beispiel Schloss anstatt Castle oder was auch immer genannt wird, ein bisschen im Englischen. Es ist ein bisschen komisch, wenn man gerade als Deutscher dann so ein deutsches Wort liest. Aber im Gesamten hat mir das Buch echt gefallen. Ich habe immer gefreut, es weiterzulesen. Ich war immer gespannt, was in der Story passiert. Und es fällt mir echt schwer, jetzt eine Note zu geben, welche dem Buch gerecht wird. Aber ich habe, wie ihr schon gesehen habt, außer das mit diesen deutschen Wörtern und vielleicht, dass manche Sachen vielleicht ein bisschen zu lang waren von der Story her, was man vielleicht ein bisschen kürzer hätte machen können. Das sind so kleine Kritikpunkte. Aber ich muss sagen, auch von der Kapitelauswahl, ich zeige euch das mal. Hier das Buch ist in 16 Kapitel unterteilt. Und ihr habt jetzt hier zum Beispiel hier, guckt mal, Chapter 14. Und wenn ihr dann weiterblättert, habt ihr hier zwei Seiten, wo Text ist. Habt hier zwei Seiten, wo Text ist. Und dann kommt schon Chapter 15. Also ich finde das Ganze, das geht, das Tierschluss ist das ganze Buch so, mal mehr, mal weniger, vielleicht mal eine Seite mehr, eine Seite weniger. Und ich finde, das ist auch eine super Kapitelaufteilung, weil ich bin ein Fan von kurzen und prägnanten Kapiteln, welche einen schön dann auch einen Stop zum Lesen geben und nicht krampfhaft versuchen, den Leser dann zu fesseln. Manche Bücher schaffen das, sehr viele sogar. Aber ich finde trotzdem, wenn der Leser dann noch ein bisschen individuell dann vom Kapitel her entscheiden kann, wann er Schluss macht, weil die meisten Leser machen einen Cut nach einem Kapitel, ist wirklich eine wunderschöne Sache. Ich würde dem Buch, im letzten Video war es ja ein bisschen schlechter, wie Empty World abgeschnitten hat. Ich glaube, das war nur mit 6 Punkten oder 6,5, irgendwie sowas in der Art, weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall irgendwo in diesem 6er Bereich. Aber diesem Buch würde ich dann indessen mal wieder eine bessere Note geben, denn es hat mir wirklich super gut gefallen. Ich würde sagen, eine 8,5 von 10 für Camilla. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, bei der nächsten Buchreview oder Creepypast oder generell irgendetwas, was mit Literatur zu tun hat. Mein Name war Freddy. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.